Du kannst nicht nicht kommunizieren, so lautet ein Grundsatz der menschlichen Kommunikation. Paul Watzlawick hat insgesamt fünf Grundsätze der Kommunikation, die sogenannten Aktionen, formuliert. Diese fünf Grundsätze schauen wir uns in diesem Video einmal genauer an. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um die fünf Aktionen der Kommunikation nach Paul Watzlawick. Lasse gerne ein kostenloses Abo da, um keines der wöchentlichen Videos mehr zu verpassen und die Arbeit hinter dem Erzieherkanal zu unterstützen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Was besagt die Theorie? Und was ist ein Aktionen? Die fünf Aktionen der Kommunikation nach Paul Watzlawick stellen in ihrem Bündel ein Modell dar, welches fünf ganz grundsätzliche Erkenntnisse zwischen menschlicher Kommunikation thematisiert. Paul Watzlawick verdeutlicht mit seinem Modell also die menschliche Kommunikation und legt dabei den Fokus auf den Beziehungsaspekt. Aus Watzlawicks Formulierungen wird deutlich, dass es bei der menschlichen Kommunikation niemals nur um einen bloßen, sachlichen Informationsaustausch geht, sondern der Kontext und die Beziehung der einzelnen Personen untereinander eine wesentliche Rolle spielt. Laut Watzlawick sind die fünf formulierten Erkenntnisse Grundsätze, entsprechen der Wahrheit und müssen nicht mehr bewiesen werden. Genau das macht auch ein sogenanntes Aktion aus. Daher hat Watzlawick diesen Begriff für sein Modell genutzt. Schauen wir uns die fünf Aktionen einmal an. Ich werde jedes Aktionen nennen, dazu eine Erklärung geben und am Ende jeweils ein Beispiel anbringen, damit du es noch besser nachvollziehen kannst. Aktion 1. Man kann nicht nicht kommunizieren. Damit ist gemeint, dass in jeder Situation kommuniziert wird, also wirklich in jeder. Man könnte fälschlicherweise annehmen, dass man nicht kommuniziert, wenn man nichts sagt, sich ignoriert oder sich einfach nicht beachtet. Aber auch dies stellt eine Form der Kommunikation dar. Hinsichtlich dieses Aktionen unterscheidet Watzlawick die Kommunikation in zwei Bereiche. Zum einen in die verbale Kommunikation und zum anderen in die nonverbale Kommunikation. Die verbale Kommunikation ist das ausgesprochene Wort, also die wörtliche Sprache. Mit der nonverbalen Kommunikation ist die Form der Kommunikation gemeint, welche eben nicht nur durch die wörtliche Sprache geschieht. Die nonverbale Kommunikation kann absichtlich oder unabsichtlich eingesetzt werden. Zur nonverbalen Kommunikation kann beispielsweise die Mimik und Gestik, die Körperhaltung, der Körperkontakt, aber auch der Körperbauzellen. Dieses Aktion beinhaltet also, dass es nicht möglich ist, nicht zu kommunizieren und Kommunikation verbal und nonverbal, also ausgesprochen und unausgesprochen, stattfinden kann. Eine Mutter ist im Supermarkt total genervt von ihrem Sohn. Dieser nörgelt extrem und bittelt alle 5 Meter nach Süßigkeiten. Zu Beginn fand eine verbale Kommunikation statt. Die Mutter hat ihrem Sohn gesagt, dass genug Süßigkeiten gekauft wurden. Der Sohn nörgelt weiter. Die Mutter erklärt dies noch einmal. Es gibt keine Möglichkeit für die Mutter, diese Situation ohne Kommunikation zu klären. Selbst wenn sie ihrem Sohn bei den Nörgelattacken ignoriert, findet Kommunikation statt. Ignoranz könnte in diesem Fall auch mit Du nervst mich gerade extrem, hörst nicht, was ich sage, also ignoriere ich dich, in wörtliche Sprache übersetzt werden. Aktion 2 Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Wie in der Einleitung schon kurz erwähnt, besteht die menschliche Kommunikation nicht nur aus einem bloßen sachlichen Informationsaustausch, dem sogenannten Inhaltsaspekt, sondern eben auch aus dem Kontext und dem Aspekt der Beziehung der beteiligten Personen der Kommunikation. Die Kommunikation enthält also über die reine Sachinformation, den Inhaltsaspekt, hinaus einen Hinweis darauf, wie der Sender seine Botschaft verstanden haben will und wie er seine Beziehung zum Erfänger sieht, den sogenannten Beziehungsaspekt. Eine kurze Eselsbrücke und Merksatz für dich. Der Inhaltsaspekt ist das, was kommuniziert wird, und der Beziehungsaspekt ist das, wie kommuniziert wird. Häufig nonverbal wird der Beziehungsaspekt durch den Tonfall, die Mimik und Gestik, die Körperhaltung und den Körperkontakt geäußert. Mit einer Person, welche einem sympathisch ist, tauscht man sich viel lieber aus, als mit einer Person, die einem unsympathisch ist. Die logische Schlussfolgerung aus diesem Aktion ist, dass es nicht möglich ist, nur den Inhaltsaspekt anzusprechen. Der Beziehungsaspekt ist also nicht gänzlich abschaltbar. Interessant wird das in Kontexten, in denen sich Menschen gegenüberstehen, die sich nicht mögen, aber miteinander kommunizieren müssen. Das könnte beispielsweise bei der Arbeit der Fall sein. Im schlimmsten Fall schwingt bei der Kommunikation immer unterschwellig der Beziehungsaspekt mit. Zum Beispiel werden die Taten einer Kollegin immer schlecht geredet. Wenn sie zu Wort kommt, wird mit dem Kopf geschüttelt oder mit genervtem Ton geantwortet, die Augen verdreht oder einfach aus dem Fenster geschaut. Die Antworten können auf der Inhaltsebene total sachlich sein. Auf der Beziehungsebene lässt sich aber ein Konflikt erahnen. Wenn die schlecht behandelte Kollegin ebenfalls mit solchen Verhaltensweisen der Kommunikation antwortet, wird sich der Konflikt sehr schnell hochschaukeln. Aber dazu gleich mehr, im dritten Aktion. Für eine gelingende Kommunikation ist es also notwendig, sich diesem Aktion bewusst zu sein und ganz wichtig, sich seiner selbst bewusst zu sein und ein Bewusstsein über andere und in Beziehungen zu haben. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung. Schreibst du noch in diesem Schuljahr deine schriftliche Erzieherabschlussprüfung und wünschst dir eine intensivere Vorbereitung? Dann habe ich genau das Richtige für dich. Der Online-Vorbereitungskurs für die schriftliche Abschlussprüfung. In diesem Kurs erhältst du über drei Stunden Videomaterial. Wir bearbeiten Schritt für Schritt mehrere komplette Abschlussprüfungen. Es gibt wertvolle Tipps zur Prüfungsvorbereitung, wie Lerntechniken, Gedächtnistipps, Formulierungshilfen, eine Übersicht über die 50 wichtigsten Grundlagentheorien mit verlinkten Lernvideos, Infos, worauf Lehrkräfte bei der Bewertung achten, Checklisten, To-Do-Listen, Tages- und Wochenpläne und vieles mehr. Für weitere Infos klicke auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Machen wir jetzt aber weiter mit diesem Lernvideo. Axiom 3 Die Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung. Dieses Axiom wird in manchen Büchern und Beiträgen auch als Interpunktion bezeichnet, meint inhaltlich aber natürlich das Gleiche. Um dieses Axiom besser verstehen zu können, sollte man sich den Kommunikationsprozess kreisläufig vorstellen. Jeder Teilnehmer einer Interaktion gibt dem Prozess eine Struktur. Das bedeutet, dass nicht nur ein Mensch alleine für die Kommunikation verantwortlich ist. Verantwortlich sind alle beteiligten Personen. Nehmen wir dafür noch einmal das Beispiel von der Arbeit aus dem zweiten Axiom. Tina spricht mit ihrer Kollegin Judith. Tinas Aussage wird dabei als Ursache gesehen. Der Begriff Ursache ist in diesem Fall nicht wertend gemeint, hat also nichts mit Schuld oder dergleichen zu tun. Die Aussage von Tina hat eine Wirkung auf Judith. Aufgrund dieser Wirkung folgt eine Reaktion in Form von verbaler oder nonverbaler Kommunikation in Richtung Tina. Diese Reaktion hat ebenfalls eine Wirkung auf Tina, welche daraufhin wieder eine Reaktion zeigt und eine Wirkung auslöst. Wenn Tina und Judith nun weiterhin Inhaltsaspekte austauschen in Form von Informationen, die die Arbeit betreffen, aber unterschwellig ihren Konflikt in ihrer Arbeitsbeziehung auskämpfen, beispielsweise durch übermäßiges Kritisieren, Augen verdrehen und so weiter, wird sich die Kommunikation schnell hochschaukeln und sich zu einem ernsthaften Konflikt entwickeln. Eine Störung der Kommunikation liegt vor, wenn Personen die kreisläufige Logik von Ursache und Wirkung in der Kommunikation nicht verstehen. Kommunikation ist quasi ein endloses Spiel und bedingt sich. Axiom 4 Menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten. Dieses Axiom klingt komplizierter als es ist. Watzlawick meint mit dem Begriff digital die verbale Kommunikation und mit dem Begriff analog die nonverbale Kommunikation. Wie wir schon gelernt haben, ist die verbale Kommunikation das ausgesprochene Wort und die Schrift. Die Informationen lassen sich hieraus gut ableiten, da sie genau benannt werden und so besser eingeschätzt werden können. Die nonverbale Kommunikation umfasst unter anderem die Körperhaltung, Mimik und Gestik und so weiter. Wichtig ist es zu wissen, dass die nonverbale Kommunikation eher auf Vermutungen fußt. Als Beispiel werden hier häufig Tränen angeführt. Sind es Freudentränen oder Tränen der Trauer? Ohne den Kontext und mehr Informationen lässt sich das schwer herausfinden. Wenn du zu deiner Arbeitsstelle kommst und deine Chefin dich nur genervt grüßt, dann könnte es dafür mehrere Gründe geben. Es lassen sich nur Vermutungen anstellen, da die nonverbale Kommunikation in Form des Tonfalls mehrere Interpretationen zulässt. Deine Chefin könnte sauer auf dich sein, weil du irgendwas falsch gemacht hast. Oder deine Chefin hatte einen stressigen Tag und hat gerade eben noch weitere schlechte Nachrichten erhalten, ist im Kopf noch voll bei den schlechten Nachrichten und grüßt dich total unbewusst so unfreundlich. Egal ob es vielleicht unprofessionell und unfair vor deiner Chefin war, hat es nichts mit dir oder deinem Verhalten zu tun. In der Kommunikation hilft es, sich diesem Aktion bewusst zu sein und vor allem hinsichtlich der fast unendlichen Interpretationsmöglichkeiten und Kontexte von Kommunikation. Aktion 5 Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär Watzlawick hat die zwischenmenschlichen Kommunikationsabläufe aufgeteilt. Zum einen in die symmetrische Kommunikation und zum anderen in die komplementäre Kommunikation. Watzlawick nennt hier die Begriffe Gleichgewicht und Unterschiedlichkeit. Bei der symmetrischen Kommunikation ist es den Gesprächspartnern vor allem wichtig, Ungleichheiten zu minimieren und somit ein Gleichgewicht zu erzeugen. Es wird sozusagen auf einer Ebene kommuniziert. Ein Beispiel ist hier die Kommunikation unter Freunden. Bei der komplementären Kommunikation herrscht eine Unterschiedlichkeit zwischen den Gesprächspartnern. Mit Unterschiedlichkeit zwischen den Gesprächspartnern ist aber nicht gut oder schlecht oder stark oder schwach gemeint. Es ist vielmehr im Kommunikationsprozess ein Wechselverhältnis zwischen den Gesprächspartnern gemeint. Sie sind unterschiedlich, aber sie ergänzen sich. Ein Beispiel für diese Kommunikationsform wäre die Lehrkraft und die Schüler. Oder ein Elternteil und das eigene kleine Kind. Häufig äußert sich eine komplementäre Kommunikation durch Hierarchien und dadurch, dass sich ein Gesprächspartner dem anderen unterordnet. Dies ist aber nicht zwingend notwendig. Klicke hier, um zu dem aktuellsten Video auf dem Erzieherkanal zu gelangen. Lasse hier ein kostenloses Abo da. Für weitere Infos schaue doch mal auf der Homepage www.erzieherkanal.de vorbei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Simon vom Erzieherkanal